Ein mildes Shampoo und ein wirksames Zugleich. So preist die Werbung sie an, die Shampoos und Gels, die das Haare waschen und duschen zu einem schaumigen Vergnügen machen. Was sich verschweigt, die Anwendung mancher dieser Pflegemittel kann mit gesundheitlichen Risiken verbunden sein. Ein Stoff, der oft mitschäumt, heißt Dioxan. Er steht im Verdacht, Krebs zu erregen. Die Kosmetikverordnung verbietet den Stoff vollständig. Das heißt, es darf Dioxan überhaupt nicht in Kosmetika vorkommen. Und dies aus gutem Grund, denn der Stoff ist aus Tierversuchen eindeutig als karzinogen bekannt. Dem Bundesgesundheitsministerium ist das Krebsrisiko durch Dioxan seit Jahren bekannt. Dennoch wurde bislang nichts unternommen, um den gefährlichen Stoff vollständig aus Kosmetika und Pflegemitteln zu verbannen. Halten wir fest, für die generelle Unbedenklichkeit von Dioxan in Kosmetika gibt es keinen wissenschaftlichen Beweis. Für sein krebserzeugendes Potenzial dagegen handfeste Anhaltspunkte. Statt den gefährlichen Stoff ganz aus den Pflegemitteln zu verbannen, appelliert das Bundesgesundheitsamt an das Wohlverhalten der Industrie. So werden die Verbraucher damit leben müssen, dass sie sich krebsverdächtige Substanzen weiterhin auf Haut und Haare reiben. Wenn eine industriefreundliche Gesundheitspolitik bedenkliche Stoffe immer so lange auf die Bevölkerung einwirken lässt, bis auch beim Menschen letzten Endes vielleicht eine krebserzeugende Wirkung bekannt ist und alle wissenschaftlichen Zusammenhänge erforscht sind, dann ist dies verantwortungslos. Untertitelung des ZDF für funk, 2017